So, hier sind wir in einer Pool-Suite. Hier ist erstmal begehbarer Kleiderschrank. Dann ist hier ein Riesenbad, eine Riesenbadewanne, zwei Waschbecken, eine Riesen-Dusche innen drin, eine Regendusche. Draußen hier auf eine riesengroße Superdusche. So, und jetzt ist dann hier eine superschöne Sitzecke, ein riesengroßes, tolles Bett. Und dann, Leute, absolut genial, ein eigener kleiner Pool. Hier und direkt der Blick aufs Meer wieder hinaus. Zwei superschöne Sonnen liegen hier und hier ein bisschen Platz und man ist hier direkt in erster Raum.